Herzlich willkommen in diesem Video geht es um das Honor 6X. Das Smartphone 6X wurde als Experiment im Januar 2017 auf der Elektronikmesse in Las Vegas vorgestellt. Es gilt als Mittelklasse-Smartphone und hat verglichen mit anderen Smartphones mit gleichwertiger Ausstattung einen günstigen Preis. Die Honor-Technik steckt in einem 8mm dicken Metallgehäuse mit abgerundeten Kanten. Das Full-HD-Display ist in Konkurrenz im Vergleich 5,5 Zoll groß. Es sind Vergleichssieger im Produkttest mit 32, 64 und 4 GB RAM erhältlich. Mittels Micro-SIM lässt sich das Speichervolumen individuell aufstocken. Das beste Smartphone braucht im Test eine geeignete Kamera. Das 6X verfügt über eine vertikale Dual-Kamera mit 12 Megapixel und einem Extra-Objektiv mit 2 Megapixeln für mehr Tiefenschärfe und Spielräumen für unscharfe Effekte. Der Fingerabdrucksensor für die Freigabe des Displays befindet sich im Test unter der Dual-Kamera. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. video臨 4.